Mit der Hilfe von Irinox Schnellkühlern produzieren wir momentan 105.000 frische Menüs in der Woche. Mein Name ist Jan Reimann, ich bin Geschäftsführer von Vitesca Menü aus Uppertal. Mein Großvater startete 1961 mit einer Tagesproduktion von 250 Mahlzeiten im Cook & Surf Verfahren. 2001 bei einer Tagesproduktion von ca. 12.000 Mahlzeiten entschied sich mein Vater damals ein Cook & Chill Verfahren zu entwickeln und wir haben gesagt wir haben so eine gute Qualität, die unsere Küche verlässt. Wir möchten, dass diese Qualität auch auf den Tellern ankommt. Wir entschieden uns bewusst für eine Cook & Chill Verpflegung, denn bei einer Warmverpflegung Cook & Serve ist das Lebensmittel, das Gericht immer unter Stress. Temperatur über eine lange Zeit ist Stress für ein Lebensmittel und wir wollten, dass es chillt, dass es sich ausruht, dass es entspannt beim Kunden ankommt. Für die Umstellung mussten wir das Kochen ganz neu lernen. Wir brauchten neue Rezepturen, wir brauchten neue Bindemittel, wir brauchten neue Gewürze, aber die Mühen haben sich gelohnt. Unsere Qualitäten sind auf einem nie dagewesenen Niveau. Durch 60 Jahre Erfahrungen in der Gemeinschaftsverpflegung wissen wir um die Herausforderung in der Warmverpflegung, Standzeiten und Ausgabetemperaturen. Dank Cook & Chill konnten wir diese Herausforderung lösen. Wir starteten mit zwei Schnellkühlern und aufgrund des perfekten Supports und der Langlebigkeit betreiben wir diese Chiller immer noch und haben mittlerweile insgesamt 16 IRINOX Units im Einsatz. Wir haben die gleiche Anzahl an Öfen wie wir Chiller haben, um eben auch den Output in der vorgesehenen Zeit runterkühlen zu können. Zu einer Cook & Chill Produktion konnten wir unsere hohen Qualitäten weiter verbessern, unseren Lieferradius erhöhen und entspanntere Arbeitsabläufe für unsere Mitarbeiter garantieren. Aufgrund der intuitiven Bedienung und der sehr guten Performance arbeiten meine Mitarbeiter gerne mit IRINOX Schnellkühlern. Als Familienvater mit fünf Kindern zuhause weiß ich, welche Herausforderungen die Verpflegung von Kindern mit sich bringt. Ein Großteil unserer Kunden sind Kindergärten, sind Schulen. Auf der einen Seite wollen die Kinder ein Essen haben, was ihnen schmeckt, was auf dem Teller gut aussieht. Auf der anderen Seite wollen wir Eltern, dass das Essen gesund ist, dass Nährstoffe erhalten sind, dass Vitamine drin sind und dass die Kinder es auch essen. Um das perfekte Menü zu servieren, braucht es viele Stritte in der Produktion. Das fängt an bei einem gezielten Einkauf, kochen, schneiden und verpacken der Produkte bis zum Unterkühlen der warmen Produkte in IRINOX Schnellkühler. Mehr Vitamine, mehr Gesundheit, mehr Geschmack. Das ist unser Vitesca frische Versprechen. Und das ist nicht nur ein Slogan. Kein Produkt, hinter dem wir nicht 100 Prozent stehen, verlässt unsere Küche. Und das bestätigen uns unsere Kinder jeden Tag.